Alles da? Alles da? Alles da? Kalter Luftzug. Es riecht etwas... nach Fäulnis. Da geht es immer noch weiter, immer noch weiter. Es ist unwahrscheinlich. Wir müssen uns gleich noch nicht gut. Hallo, geht noch nicht? Gebrocken! Gebrocken! Wir sind gebrocken! Gute alte Schießstand. Ja, hier haben wir drinnen geprobt, in der guten alten Hubertusklause. Ja, das wird irgendwie ein Überlauf sein. Von dem... Gute. 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 Wie sieht es denn denn hier? Gute. Ja. Komm, gib mir die Hand. Willi, komm. Nicht, dass was von oben runter stürzt. So, jetzt haben wir noch zwei, drei. Da oben ist eine Luftschächte. Da oben ist eine Luftschächte. Über allen Seiten sind eine Luftschächte. Ja. Wir können weitergehen. Hey, vor kurzem. Kann ich auch mal nehmen? Dann geh ich mal vor. Bei mir nicht. Bei mir nicht. Bei mir nicht. Kommst du mal zurück mit? Die Brecken aus Freunden. Hier. Schlaf. Ich glaube, hier wollen wir rein. Na klar, wir können bis hinten durchgehen. Ich glaube, hier wollen wir rein. Nein, hier könnt ihr nicht auch rein. Hier geht es in ein Haus. Das ist der Hauskeller. Da kommt ein Haus raus. Das bringt nichts. Das geht noch nicht lang. Kommt das da hinten zusammen? Dennis, komm mal mit deiner Fappe. Nein, das war das. Davor muss man mal runtergangen. Da war eine Tür wo? Nein, das ist nicht so. Der kann da hinten. Das ist alles nicht so. Nein, aber das ist ja auch erdreich. Nein, das ist ja auch. 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 Nein, da oben geht es hoch. Nein, das ist ja auch. Da dürft ihr aber nicht hören. Lass mich. Lass mich. Weil es einschließen kann. Ich habe nichts. Hier ist Schluss. Nicht aus. Ist ja auch nicht. Haben die Kriege spielt wie das? Ja, wahrscheinlich. Die brauchen noch da sein. Die alten Hütten, die Holzhütten. Da wohnen die drinnen. Die waren gestern im Bus da und haben die Grieche gespielt. Die hatten die um Patronen geschossen? Ich habe sie gefilmt. Die haben geschossen. Platzpatronen.